ARD Text im Auftrag von Funk Gibt es bestimmt Geheimnisse, irgendwelche Secrets oder sowas, hier wette. Aha, da oben, seht ihr? Nein, nein, das bin ich runtergefallen, oh, nein, 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 oh, verdammt. Äh, oh Gott, jetzt bin ich hier in so einem, okay, jetzt bin ich wieder ganz unten, toll. Äh, da geht's lang. So, jetzt sind nicht mehr diese Ballermänner hier, die mir auf die Nerven gehen könnten. Nein, fuck. Ach, wisst ihr was, ich lasse das jetzt, ist mir jetzt auch egal, wie man da hinkommt. Warte, was ist hier, wo bin ich denn jetzt hier? Was ist das jetzt? Äh, mich würde interessieren, wie ich hier beim ersten Run hier hochgekommen bin, mit diesem Ding hier oder so, wie jetzt? Leute, könnt ihr mir das Ding hier runterschmeißen? Ey! Komm her. Hallo, hier, boh. Du, boh, boh, boh. Okay, ich setze dich jetzt ganz sanft hier ab. Ganz sanft. So. Ah, es geht doch. Da. Hey, nicht böse werden. Okay, ich lasse dich ja schon in Ruhe. Hier. Bin ich nicht freundlich zu denen? Ah, Gott. Dann lasse ich euch in Ruhe mit euren Cube. Macht, was ihr wollt. So. Äh. So. Äh. Hier. Auch wieder diese. Diese Krabbenmenschen. Oh. Doppel, doppel, dabei. Radio Anischer. Was? Ich hab's jetzt nicht lesen können. Okay. So, wieder ein paar Jaras. Die interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Äh. Alles klar bei dir? Warum so feindselig? Ich geh einfach an euch vorbei. Aua. Okay. Wie blockt man jetzt? Jetzt will ich's wissen. Wie blockt man? Nein. So blockt man nicht. Nein. So blockt man auch nicht. Ach Gott. Ich muss mal schnell schauen. Wie blockt man? Spieleoptionen. Äh. Optionen. Äh. Nein. Untertitel. Eigentlich ja. Machen wir mal ja. Äh. Vibrationen. Nein. Ich spiel nicht mit Gamepads. Fortgeschrittene Machtgriffe. Untertitel anzeigen. Ja. Schön und gut. Aber wo kann ich hier meine Kontrolleeinstellung verändern? Ü vielleicht? Nee. Ü ist es nicht. Code eingeben. Äh. Äh. Ja gut. Egal. Wow. Der erinnert mich an meinen Nachbar. An meinen grüßen Nachbar. Der sich wegen alles beschwert, was ich mache. Junkai, hier wird nicht so laut Fernsehen gesehen. So. Okay. Noch jemand, der sich mit mir messen will. Du da hinten. Krabbenmensch. Rodanischer Krieger. Keine Ahnung. Oh ja. So. Dude. Epa. Na, so sieht der also aus. Na, meine Damen und Herren. Hier haben wir ein Exemplar von einem. Rodanischen Krieger. Der fliegen kann. Hehehe. 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 Ah. Okay. Äh. Hier ein See aus. Urin. Von meinem Urin. Ich bin mir nicht sicher, was das hier sein soll. Registriert ihr irgendetwas? Nur eine verzweifelte Übertragung. Die Plünderer haben keinen Widerstand von den Droiden erwartet. Ah, hier ist ein Booster. Ein Booster. Unbegrenzte Energie. Unbegrenzte Energie. Ich bin tot. Unlimited Power. I am so weak. I am so weak. Please don't kill me. Unlimited Power. Äh, gut. So kann man sein Leben auch wieder auffüllen. Einfach mal sterben. Juno. Ich bin mir nicht sicher, was das hier sein soll. Registriert ihr irgendetwas? Nur eine verzweifelte Übertragung. Ja. Unlimited Power. Oh, sorry. Ach, warum? Sorry. Ich bin einfach zu freundlich für dieses Spiel. Tut mir leid. Ich entschuldige mich bei jedem, der stirbt. Uh. Okay. So, was haben wir hier? Irgendwelche... Dürr, ihr Leute. Jetzt hört mal auf mit euren Schnellfeuerwaffen, ja? So. Alter. Wow. Okay. Äh. Wah. Äh. Das sind doch die Protos, wo ich damals gesagt habe, dass die so aussehen wie Protos, oder? Ne, die sehen nicht aus wie Protos. Ja, vielleicht ein bisschen, aber äh. Nein. Nein. Ähm. Alter. Schon wieder. Alter. Wo habt ihr... Jetzt hört mal auf mit euren Schnellfeuerwaffen. Ach. Ihr kommt von dort her. So, so. So. Ich hoffe, jetzt habe ich meine Ruhe vor diesen... Nervensegen. Nein. Du lebst noch. Okay. Alter. Könnt ihr mich jetzt mal in Ruhe lassen? Ich will mich hier auf diese... Auf diese... Typen da konzentrieren. Abfallwächter heißen die. Okay. Die bewachen den Abfall. Verstehe. Habe ich den gerade an Land geschubst? So. Ja, jetzt. Hey. Ihr habt euren Kollegen vergessen. So. Ich hoffe, jetzt habe ich meine Ruhe. Ich hoffe, jetzt habe ich den Müll rausgekriegt. Okay. Hier wieder Müll. Lebender Müll. Ist das nicht schön. Aua. Tja, Leute. Das passiert, wenn ihr euren Müll nicht rausbringt. Also, merkt euch immer den Müll rausbringen. Sonst müsst ihr jetzt ja hier... Auch gegen solche... Leute hier kämpfen. So. Die können sich, glaube ich, porten, oder? Ja, was ist mit dir los? Ich habe ihn in seinem Bein gebrochen. Jetzt kann ich nicht mehr aufstehen. Okay. Oh, nee. Wie denn ein Schnellfeuer-Ding? Zeig dich. Zeigt euch, ihr Feiglinge. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ich kann euren Feigen-Atem spüren. Ich sehe, dass er es nicht mehr ist. Dann hebt man das mal hoch. Wow, ist das groß. Okay, äh. Sprennt ihn da rein, Doppelschwung. Leer, leer, shift. Ja, okay. So, und wo muss ich jetzt hin? Äh. Wo muss ich jetzt hin? Das Ding hat auf jeden Fall ein... Ah, verstehe. Ich soll jetzt wahrscheinlich hier? Nein. Ah, ich muss hier Blitz machen, oder? Nein, sorry, Stein. Okay, wahrscheinlich muss ich mir so ein Ding schnappen. Erstmal warten, bis ich wieder Power habe. So, laden wir erstmal unsere Macht wieder auf. Okay, und jetzt, ähm, schnapp ich mir mal so ein Stein-Teil und schmeiß es dann dahin, was sehr gut geklappt hat. Ah, okay, ich dachte, hier wäre ein unsichtbarer Baubmauer. Äh. Ah. So, dann ab ins Loch. Oh, äh. Schöne Begrüßung. Oh, okay. Baka, 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 baka. Könnt ihr vielleicht mal so reden, dass ich's verstehe? Radionische Reise. Alles klar. So, äh, hier runter. Hello there. Ah. Ah, jetzt ist es, jetzt ist es schön, jetzt kann ich hier Star Wars Memes anwenden in diesem Let's Play. Wah. Wah. Der kommt nicht, der, du kommst nicht zu deinem Angriff, vergiss es. Vergiss es. So. Hier ist nichts, bloß Abfall. Eklips an Star Wars, seid vorsichtig. Es wird ein riesiger Fluss aus giftigem Hyperantriebsplasma in der Nähe angezeigt. Verstanden. Ihr müsst einen Weg ins nahegelegene Plündererlager finden. Bringt durch die unteren Bereiche des Blockadebrechers vor. Oh, du hast überlebt. Ein Überlebender. Okay, jetzt werde ich dich hier in heißer Lava schmoren lassen. So, äh, ja geil, hier geht's nicht runter. Weißt du vielleicht, wo's runter geht? Hast du eine Idee? Was hat denn der für eine Brille auf? Warte mal kurz, das will ich mir genauer ansehen. Was ist das? Stare Contest. Okay, Leute, ihr müsst jetzt einen Stare Contest mit dem Typ machen. Okay. Kurz wegschauen und jetzt hat Stare Contest. Okay. Ah ja, hier geht's weiter. Oder? Oder nein? Doch, nein. Keine Ahnung. Ja doch, das sind ein paar Leute, die ich noch nicht gekillt habe. Die haben sich zum Kuscheln gern. So, äh, komm mal her, komm. Ja, komm mal her. Boah. Au. Okay, das, äh, ich hätte nicht so faul sein sollen mit dem Laufen. Hier ist Kevin. Äh. Oh, servus, Leute. Wisst ihr den Weg, wo's weitergeht? Könnt ihr mir helfen? Ja, nein. Leute, chillt doch mal. Chillt, chillt. Ich will nur, ähm, ich will nur hier durch. Boah. Nicht böse werden. So. Ich nehm nur eure Basis auseinander. Meister Shakti ist eine Heldin der Klonkriege und eine der letzten überlebenden Mitglieder vom Rat der Jedi. Aha. Okay, scheinbar ist der wieder so groß, dass hier ein Ladebildschirm jetzt gebraucht wird. Zerstöre die Schildgeneratoren des Plündererlagers. Aua. Alter. So eine Begrüßung hätte ich nicht erwartet. Ich hätte vielleicht erwartet, so Geburtstagspartymäßig, Überraschung. Aber nicht so, nicht so, AAAAAAAH. Nicht so ein Schnellfeuermassaker. Oh, nee, nicht wieder so ein, so ein Krakentyp. Krakentyp. Krabbentyp. Du hast zu viel Krabben, Kappen, äh, Chips gegessen. So sehe ich auch manchmal aus, wenn ich zu viele gegessen habe. Jetzt hat man auf, auf mich zu schießen, ja. Ich muss hier auch irgendwie durchkommen. So, hier.